Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem spontanen Video, sage ich mal. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen krank, aber ich meinte zu meiner Schwester, du könntest mir mal wieder die Augenbrauen zupfen bzw. mir müsste es so ein bisschen lang gehen. Aber sie hatte leider nichts dabei, deshalb dachte sie, okay, sie will es mal mit einem Fahnen ausprobieren und sie hat das eigentlich noch nie mit einem Fahnen gemacht und, naja, seht einfach mal selbst und, ja. Es ist gleich. Ich bin du, ich habe flögt, ich habe flögt, ich habe flögt, ich habe flögt. Oh, das war fest. Ich habe flögt, ich habe flögt. Das geht nicht. Das ist so super, ich will flögt, ich habe flögt. Okay, wo haben wir noch? Ich habe flögt. Ich habe flögt. Ich habe flögt. Ich habe flögt, ich habe flögt, ich habe flögt. Ich habe flögt. Das ist ein Ding. Ich habe es dir nicht. Ich habe es dir nicht. Sorry. Ich kann es nicht mehr. Ich muss erst herr Complete diesen Herz. Ich kann es nicht mehr. Ich muss erst herr внимание. Wenn ich den Kopf wäre, wär ich sie weggerissen. Du musst doch auch mal wegreißen, ich wollte nur spätseln. Zeigst du mir ein wenig Api? Nein, auch. Ja, aber ich brauche auch noch ein wenig Api zu nennen. Geht doch. Jetzt die andere Seite, ne? Da ist mir alles. Du bist doch jetzt sant, nein, ja. Du bist doch jetzt sant, nein, ja. Wow, 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 wow. 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 Ich habe die Sonne schlafen und meine Arme vorangehen. Ihr müsst den Ohrmähnchen schalten und warten sehen, Jürgen. Ja gut, das war's dann eigentlich auch schon. Sorry, dass das jetzt nicht so ganz so aufwendig ist. Aber ja, verzeiht mir. Hier möchte ich euch noch meine zwei letzten Videos markieren. Und hier könnt ihr mich doch gerne kostenlos abonnieren, die es noch nicht getan haben. Die ganzen Links findet ihr dazu in der Infobox. Und ich würde dann mal sagen, haut rein und haben einen schönen Tag. Ciao.